Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt's den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. Das ist ja seltsam. Sehen Sie mich im Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich Sie auch, aber... Das ist ja grob. Sie selber sehen Sie aber nicht? Doch. Aber ich sehe mich da nicht. Wohl zu viel Dracula gesehen. Jetzt sehen Sie mal da hin. Gucken Sie, ich gucke mal da. Ich sehe Sie, aber mich nicht. Und jetzt sehen nur Sie mich nicht. Also ich kann Sie sehen. Ja, ich sehe ja auch. Jetzt möchte ich jetzt wissen, was das ist. Ich sehe hier auch das, aber... Ach so, die Hand ist nicht zu sehen. Die ist nur von vorne. Das ist... Stehen Sie mal da hinten. Nein, ich sehe nicht. Weißt du? Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine trugische Scheibe? Ja, tatsächlich. Sie müssen Sie nicht sehen. Sie müssen Sie sehen. Ja, ich muss... Ich bin ja plötzlich unsichtbar. Also was ist los? Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Ich bin ja nach vier. Danke. Haben Sie ein Problem? Was ist denn das mit dem Spiegel? Also ich kann Sie sehen. Ich mich nicht. Das kann ich auch nicht dafür. Das ist ja einig. Das ist ja einig. Das ist ja einig. Ja. Ich... Nee, Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, wie spät ist das? Nein, Uwe, ich bin ja nur. Spät ist kaputt. Gegen vier. Kurz nach vier. Danke. Ich hoffe, Sie spiegeln mich verarschen. Haben Sie ein Problem? Das ist ja nicht im Spiegel. Das ist ja nicht im Spiegel. Das kann ich auch nicht verarschen. Das fühlt mich leicht. Tolle Anmache, wirklich. Natürlich. Anna, Entschuldigung. Sehen Sie mich im Spiegel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ganz einfach. Das ist keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich sind Sie ein Vampir. Nicht. Das ist doch los, um ein komisches Spiegel zu finden. Was ist denn das mit dem Spiegel? Was ist denn das mit dem Spiegel? Sie kann man sehen und mich kann man nichts sehen. Darf ich mich noch ein paar Kinder hinstellen? Das ist ja merkwürdig, ne? Das ist ja ein Ding. Sie sieht man und mich sieht man nicht. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist ja ein Ding. Ich bin unsichtbar. Auch nicht schlecht. Können Sie sich sehen? Nee. Sie können mich sehen? Ja. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie wieder weg. Ich würde direkt mal gucken, wenn jemand anders reinkommt, ob das auch so ist. Jetzt sehe ich Sie wieder. Das ist ein Ding, ne? Ich komme vom anderen Stern, glaube ich. Das ist mir zwar noch nicht bewusst, aber irgendwas stimmt da nicht. Aber das fass ich nicht. Nehmen Sie nochmal die Brille runter. Wieder nicht? Jetzt sehe ich nur noch den Mantel. Schönen Sie sich mal hier, ob da hier auch das auch nicht angeht. Und dann zu gehen. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja. Das ist mir gefützt. Ja. Kommt ihr nochmal zurück? Oder ist das ihrs? Das ist mir so. Das ist mir so. Vielen Dank.